San Jose ist die Hauptstadt von Costa Rica und liegt in der Zentralprovinz. Mit etwa 300.000 Einwohnern ist sie die größte Stadt des Landes und das wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentrum. Die Stadt ist bekannt für ihre historischen Gebäude und Sehenswürdigkeiten, darunter das Nationaltheater, das Museo Nacional und das Theatrum Melico Salazar. San Jose ist auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und hat einen internationalen Flughafen, der die Stadt mit anderen Teilen Costa Ricas und dem Rest der Welt verbindet. In San Jose gibt es eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, von großen Einkaufszentren bis hin zu kleinen Geschäften und Märkten. Die Preise für Lebensmittel und andere Güter sind im Vergleich zu anderen Ländern in der Region relativ hoch, aber das Leben in San Jose ist im Allgemeinen günstiger als in vielen anderen Hauptstädten. Die Mieten in San Jose können je nach Lage und Größe der Wohnung variieren. Es gibt sowohl günstige Wohnungen im Stadtzentrum als auch teurere Wohnungen in wohlhabenden Vororten. Es gibt auch viele kleinere Städte und Dörfer in der Umgebung von San Jose, die für Menschen attraktiv sind, die eine ruhigere Umgebung suchen. Die Menschen in San Jose sind freundlich und gastfreundlich. Die Stadt hat eine reiche Kultur und Geschichte und ist bekannt für ihre Kunst, Musik und Festivals. Es gibt viele Museen und Galerien, die die Kultur und Geschichte des Landes zeigen. Es gibt auch viele Bars, Clubs und Restaurants, die internationale und lokale Küche anbieten. Insgesamt ist San Jose eine lebendige und dynamische Stadt mit vielen Möglichkeiten für Einwohner und Besucher. Es gibt viele Gründe, warum Menschen gerne in San Jose leben, von der reichen Kultur und Geschichte bis hin zu den günstigen Lebenshaltungskosten. Was ist das Besondere in San Jose, Costa Rica? San Jose ist die Hauptstadt von Costa Rica und bietet viele Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten für Besucher und Einwohner. Einige der besonderen Dinge, die man in San Jose erleben kann, sind Das Nationaltheater Das Nationaltheater ist ein prachtvolles Opernhaus im neoklassischen Stil, das im Jahr 1897 eröffnet wurde. Es beherbergt Konzerte, Opern, Ballettaufführungen und andere kulturelle Veranstaltungen. Der Mercado Central Der Mercado Central ist ein großer Markt im Zentrum von San Jose, auf dem man Lebensmittel, Kleidung, Kunstwerke und andere Waren kaufen kann. Es ist ein guter Ort, um die lokale Kultur zu erleben und einzutauchen. Der Parquet National Der Parquet National ist ein großer Stadtpark, der eine grüne Oase inmitten der Stadt darstellt. Es gibt viele Wanderwege, Picknickplätze und Sportanlagen. Die Kunst- und Kulturszene San Jose hat eine lebendige Kunst- und Kulturszene, mit vielen Galerien, Museen und Veranstaltungsorten, die Kunstausstellungen, Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen veranstalten. Insgesamt bietet San Jose eine Vielzahl von Möglichkeiten für Besucher und Einwohner, um die Kultur, Geschichte und Natur Costa Ricas zu erleben. Costa Rica und insbesondere San Jose sind bei vielen Menschen beliebt, da das Land eine Vielzahl von Natur- und Abenteueraktivitäten sowie eine reiche Kultur und Geschichte bietet. Einige Gründe, warum Costa Rica und San Jose beliebt sind, sind Die Natur, Costa Rica ist bekannt für seine vielfältige und artenreiche Natur. Das Land hat eine Vielzahl von Nationalparks und Schutzgebieten, die zum Wandern, Vogelbeobachten und anderen Outdoor-Aktivitäten einladen. Die Strände, Costa Rica hat viele schöne Strände, die zum Schwimmen, Surfen und Sonnenbaden einladen. Die Strände an der Pazifikküste sind besonders beliebt bei Surfern. Das Abenteuer, Costa Rica bietet viele Möglichkeiten für Abenteueraktivitäten wie Rafting, Kenyoning, Klettern und Zipleaning. Die Kultur, Costa Rica hat eine reiche Kultur und Geschichte, die man in Museen, Galerien und Veranstaltungen erleben kann. San Jose ist auch bekannt für seine lebendige Kunst- und Kulturszene. Das Wetter, Costa Rica hat das ganze Jahr über ein tropisches Klima mit kurzen Regenzeiten. Das Wetter ist in der Regel warm und sonnig, was das Land zu einem beliebten Reiseziel macht. Insgesamt bietet Costa Rica und San Jose eine Vielzahl von Möglichkeiten für Besucher und Einwohner, um die Natur, die Strände, das Abenteuer, die Kultur und das Wetter des Landes zu genießen. Costa Rica liegt in der tropischen Zone und hat das ganze Jahr über sommerliche Temperaturen. Die Durchschnittstemperaturen in San Jose und im Zentraltal von Costa Rica liegen zwischen 21 und 27 Grad Celsius. Die Temperaturen sind im Allgemeinen etwas höher an der Pazifikküste und etwas niedriger an der Karibikküste. Die Temperaturen in Costa Rica können jedoch je nach Höhenlage variieren. In höheren Gebirgsregionen, wie zum Beispiel im Arenalgebiet, sind die Temperaturen in der Regel kühler als im Tiefland. In den Bergen können die Temperaturen während der Nacht auch deutlich sinken. Es gibt zwei Regenzeiten in Costa Rica. Die erste findet von Mai bis November statt und ist von Niederschlägen auf der Karibikküste geprägt. Die zweite Regenzeit findet von Dezember bis April statt und ist von Niederschlägen auf der Pazifikküste geprägt. Während der Regenzeiten kann es täglich kurze Regenschore geben, aber es ist in der Regel auch sonnig und warm. Dezember bis April statt und ist von Niederschlägen auf der Pazifikküste geprägt.